Hallo Börsenansteiger, hier ist wieder mal der Alex. Ich erkläre euch jetzt, was der Dow Jones ist. Dow Jones ist die Kurzform für Dow Jones Industrial Average. Es ist der älteste US-Aktienindex, den es heute noch gibt. Er wurde von den Gründern des Wall Street Journals und des Unternehmens Dow Jones im Jahr 1884 ins Leben gerufen. Man wollte damit vor allem die Entwicklung des amerikanischen Aktienmarkts messen. Der Dow Jones ist quasi der DAX der USA und dort der wichtigste Aktienindex. Der Index fasst die Kursentwicklung der 30 größten und wichtigsten Aktienunternehmen in den USA zusammen. Zu den 30 Firmen gehören nach aktuellem Stand zum Beispiel Intel, Walt Disney, Walmart, IBM, Coca-Cola, McDonalds und Microsoft. Eine ausführliche Erklärung zum Begriff findet ihr wie immer auf meiner Seite. Klickt also einfach auf den Link unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal, euer Alex.